Euer Kopf wird meine Wand schieren, erwärmlicher Schwächling. Ist das schon alles? Ja. Ich reiße euch das Herz raus. Puh! Niemand schlägt einen Hau. Aua. Lauf mal schneller hier rauf. Moment, stopp, stopp. Wollt ihr? Ist das so? Komm mal, hier um die Kurve. Oh, das Fliegen löst nicht aus. Das ist doof. Ja, ist das so? Ja, komm. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Oh, aber, 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 aber. Keine Spur von ihnen. Was wollt ihr, kleiner Elf? Was wollt ihr, kleiner Elf? So klein bin ich nicht. Mann. Moment. Der kriegt jetzt einmal einen, äh, Feuerpfeil vor der Nase. Und dann wird er sich mal um, umdrehen. He. Na los. Renne doch mal schneller. Wieso hänge ich denn hier fest? Oh, ha. Renne mal schneller. Diesmal kriege ich das hin. Hänge doch nicht fest. Ich renne aber auch vor allem Sachen. Nein. Nein. Mann. Mann, 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 Mann. Gut, dass ich den Kill-Counter noch nicht aktiv hab. Oh, Mann. Habe ich hier irgendetwas? Äh. Hm. Geisterformen, Verzauberers. Hm. Wir müssen das mal so machen. Ähm. Ich glaube, hier muss ich mal echt einen goldenen Pfeil einsetzen für. Weil die Dinger sind nämlich nicht schlecht. Ich könnte mal versuchen. Moment. Ich versuche mal an dem vorbeizuschleichen. Vielleicht klappt das ja. Nein. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, nee. Okay, dann töten. Ja, ja. Ihr habt euch eine erste Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Deine Spur von dir. Sterbt endlich. Sterbt endlich. Niemals. Ich komme wieder. Was? Warum entdeckt er mich? Ist da jemand? So nah stand ich doch nicht. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Oh. Hm. Zauberer. Das ist wahre Macht. Kenn wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Ja. Wenn ich das los könnte. Mann. Hm. Bloost. Go. Lassen wir die Spielchen. Ich mache Hackfleisch auf euch. Ja. Macht er wirklich. Ich mache Hackfleisch auf euch. Hämmelbrandt. Fertig noch. Ja. wenn man ein bisschen schneller auf diese art und weise lauf immerhin ja das war schon alles ja nein mussten bank nehmen krank 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 da heilung 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 nein keine spur von ihm ja was dann schauen wir halt mal so da kommen doch mal hier rum hallo ich bin der der immer wieder kommt geht zur akademie sagte verstand so dann mal schnell hier ja komm bleib stehen hier ich kann es gar nicht erwarten nein ich leise euch das herz raus aua 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 kann doch nicht wahr sein aber die goldenen pfeile sind gut ist das aber eine überraschung nicht so muss ich halt so machen ich kann auch mehr ich mach das eiskalt so schönen kopfschuss ja 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 Ich lock euch mal hier hoch. Das war der erste. Aua. Nein. Aber es ist eine gute Taktik, so. Aber wisst ihr was? Ich mach jetzt mal den Ross-Arten wieder an. Der ist nämlich an sich gar nicht verkehrt. Nein. Das geht doch wieder schief hier. Und wenn man sich verläuft, geht's eh schief. Jetzt aber. Ich hoffe, zu schleichen, renn mal schneller. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Ja. Moment. Ich muss mal die Magie umstellen. Auch einen besseren Frotz-Arten. Kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Puh! Ich war daneben. Ihr werdet Himmelsrand nicht lebend verlassen. Doch, werd ich. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Hup! Hahaha. Puh! Oh, das war daneben. Au! Aua! Endlich, damit ich mir eure Sachen nehmen kann! Der ist heftig, ist der. Nein! Nein! Ich wollte gerade heilen. Hahaha. Wie lange hänge ich jetzt hier schon fest? Ach, du meine Güte. Halt! Wir machen das so. Äh, wo sind die Schreie? Direkt erstmal. Ja, wenn ich die beiden da hinten erwischen könnte, ne? Was war das? Puh! Hier drüben! So, jetzt lauf. Sieht oder Sovengarde. Hm, oder Sovengarde. Eure Kopf wird meine Wand schieren. Ist das schon alles? Ah! Ich läuße euch das Herz. Puh! Niemand schlägt ein Hauch. Ah! Aua! Lauf mal schneller hier rauf. Solange wir sie hier festhängen. Nun, mach den Pfeil. Jetzt kommt er nämlich wieder. Ja, er schleicht sich schon wieder an. Hallo! Mach doch nicht so Mist. So, der ist schon mal tot. Jetzt mach nicht so ein Theater hier. Bitte. Lauf schneller. Ja, dann versuch es. Mein Freund, jetzt bist du nämlich dran. So. Mann. Feichern. Und ich möchte meine goldenen Pfeile wieder haben. Meine Güte. Das war jetzt aber echt ein Kampf, oder? Was? Kocht da Schnutfisch? Ah, goldmäßig hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Bergenstreitkolben der Flammen. Den könnte ich entzaubern. Ähm. Frostresistenz. So. Hier war ja so ein Ding. Was? Hier ist noch einer? Erstmal speichern. Ich hoffe, das geht jetzt so gut. Ja, wenn ich einen goldenen Pfeil sehe. Mal so komm, der eins auf die Mütze bekommt. Hol' ihn hier im Schlummer und mach' ihn großen, komm' mal. Oh, süßes. Diese Rache. Wie schön' ihn. Wie das Häuschen lache. Ja, ich weiß. Jetzt wird's schwer. Sauberbuch, beschworenes Schwert. Ich glaub', das hatte ich schon, ne? Äh, jub. Dann lieber mal einmal speichern. Zwergenschwert. Warte mal, was hab' ich denn eigentlich für ein Schwert? Komm' den Eisendolch, äh, Elfendolch schmeiß' ich mal weg. Äh, das möchte ich entzaubern. Schaden, zwölf. Nein! Ja, ne? Seh' ich auch so. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wesentlich leichter ausrauben. Ja, ich muss nur warten, bis du hier bist. Wo seid ihr? Nicht weit weg. Ist das so? Ich kann es gar nicht erwarten, euer Geld zu zählen. Ja. Stimmt, das könnte sich für mich lohnen. Liegt da wieder ein Bettchen? Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Okay. Hab euch! Boom! So. Das mit Stahlpfeilen, ey. Truhe öffnen. Sehr schön. Eine Flüte. Das hatten wir schon mal, glaub' ich. Das auch. Achso, Ehrlich-Mutter hab' ich ja auch, ne? Ne? Okay. Hm, Unsichtbarkeit. Ja, Bücher muss man lesen, ne? Dafür sind sie gemacht. Manchmal gibt's sogar interessante Questen, beziehungsweise vielleicht sogar den einen oder anderen Levelaufstieg. Wo geht's da lang? Wo geht's da lang? Also, das. Ich kann gleich nicht mehr mich bewegen, sehe ich. Malachit. Ich kann nichts mehr schleppen, ne? Schicker Hut. Wir haben wirklich nichts mehr. Hab' ich irgendwas, was ich wegwerfen kann? Das kommt mal weg. Da essen wir mal was von. Mal mal, hatte ich noch nicht. Ja. Oh, davon hab' ich aber viel schon entdeckt, ne? Hm. Ein Drossel-Ei. Überkleidung. Ja, gut. Das wiegt natürlich auch irgendwie. Äh. Warum ist das nicht mehr da drin? Okay. Hm. Autschi. Autschi, bautschi. Wozu braucht man denn eine Säge? Ich nehme jetzt nur noch das, was wertvoll ist. Wollte ich gerade sagen. Ah. Okay. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das nach und nach hier mal ein bisschen wegzuwerfen. Geht ja leider nicht anders. Schade eigentlich. Oder ich komme noch mal wieder. Ja. Nette Falle. Flucht-Tunnel. Okay. Okay. Oh. Ich würde ja gerne schmieden hier. mein Kopfgeld bezahlen. Oh. Ist natürlich praktisch als Bandit, dann auch einen eigenen Schmied zu haben, wa? Irgendwas Wichtiges? Aha. Das sind tolle Banditen. Die rauben die Leute nicht aus. Oh ja. Also was Salz angeht, hat sich das bis jetzt hier sehr gut gelohnt. Leer, leer, leer. Oh. Das ist doch sehr gut. Ja, natürlich. Gegner müssen sich immer wehren. Da ist doch schon wieder so eine blöde Falle. Meine Begleiterin hätte die jetzt mit Sicherheit ausgehört. Ist da jemand? Oh, so viele. Puh! Ich reiße euch in Stücke. Bring euch um, wenn ich es muss. Ja, dann mach mal. Doch. Hups. Seid ihr zum Sterben bereit? Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Na, ich weiß noch nicht. Puh! Lass mich mal durch. Na. Aua. Ist nicht wahr. Mann. Also heute ist der Wurm drin. Geht zur Akademie, hat er gesagt. Ja. Welche Akademie er gemeint hat. Hm. 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 Moment. Ich hab doch noch einen Feuerpfeil, ne? Setzen wir den mal ein. Ich trage jetzt bald ein Messer im Stiefel. Habe es satt, immer entwaffnet zu werden. Was? So. Ja. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Doch. Ich bring euch um, wenn ich es muss. Heyo. Hatsasa. Haha. Lauf mal schneller. Haha. Nein, nicht da. Doch, ich schon. Na, das wirst du nicht machen. So, jetzt hab ich dich aber noch. Boah, Mann. Kann doch nicht wahr sein. Stahlpfeil möchte ich wieder haben. Was gibt's hier so Schönes zu looten? Salz. Eine verdammt salzige Angelegenheit. Toll, Seelensteiner. Oh, ja. Ja. Ich kann echt nichts mehr mitnehmen, ne? Wo liegt denn der hier? Ach, das waren gleich zwei. Okay. Interessant. Mal speichern. Aha. Der Ausgang. Sehr schön. Wir sind durch. Wer bist du? Was wollt ihr, kleiner Elf? Was ist hier los? Endlich ist Verstärkung eingetroffen. Ich hatte aber mit mehr gerechnet. Hoffentlich seid ihr gut. Ich bin gut. Warum sollte ich euch helfen? Wir sind in den Krieg gezogen. Da sind diese Dreckskerle aufgetaucht und haben die Festung eingenommen. Meine Familie ist da drin. Gut möglich, dass Brurit dahinter steckt. Zwischen uns herrscht seit dem Tod des Königs böses Blut. Aber in mein Heim einzudringen und meine Familie zu entführen... Hm. Für einen Söldner stellt ihr aber viele Fragen. Ja klar, ich bin ja auch kein Söldner. Geht einfach da rein und öffnet das Tor. Sobald das erledigt ist, werden wir euch unterstützen. Was bekomme ich als Gegenleistung? Meine Familie bedeutet mir alles. Säubert die Festung. Ich verleute. Viel Glück. Sprecht, ein abtrünniger Magier, der bei Kriegsbeginn überlief. Ich ließ ihn ein... Ein abtrünniger Magier. Wo ist denn die Quest? Hab ich doch schon. Ich ließ ihn einsperren. Doch anscheinend gelang ihm die Flucht. Und nun das. Ja bitte. Ja. Ja bitte. Ja. Auf jeden Fall habe ich das schon erledigt. Es ist doch hier Trevas Wacht, ne? Genau. Ist die jetzt schon erledigt? Zutritt über die Hintertür. Ups. Also nochmal rein und wieder raus, oder wie? Über den Hebel. Ja, das habe ich doch gemacht, oder? Welchen Hebel? Autsch. Toll, ich löse gerade alle fallen aus. Sehr gut. Guten Tag. Dass hier so viele rumliegen. Da muss ich nach vorne. Liegen ja sehr viele Leichen. Irgendwie falsch. Seltsam. So, dann den Hebel aktivieren. Trifft dich mit ihm. Die Festung gehört euch. Die schnellste Quest. Nee, ich glaube, sie sind alle tot. Schnell Nachschub und beginne dann mit der Suche. Wie auch immer. Hier ist eure Belohnung. Danke nochmals. Ja, bitte. Leben entdecken. Okay. Moment. Das ist ja was, was ich... ...lernen kann. Sprecht elf. Hätten wir eine Quest mal so ganz schnell erledigt. Gut. Dann, wo wollen wir denn hin jetzt? Nach Nebelwacht. Genau. Nebelwacht ist... ...in diese Richtung. Okay.